Im Civitas Metropolitano sind wir heute zu Gast. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolfhuss und Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Die Atmosphäre hier im Stadion ist jetzt schon überragend. Ich bin sicher, das wird ein echter Leckerbissen heute. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisieren. Was macht er draus? Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Mario Hermoso spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Marcos Sorente steht zusammen mit Koke im Mittelfeld. Aber jetzt bekommen Sie erst mal die Chance. Philippe Andersson. Er hat weiter den Ball. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Zurückgespielt. Da ist er zur Stelle. Super, wie er sich durchsetzt. Das gibt Freistoß gegen Atletico. Frank kommt weit. Schön gehalten. Javi Galan. Ball jetzt bei Griezmann. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Philippe Andersson. Nicolo Rovella. Und der Ballverlust. Molina. Immobile. Immer noch gefährlich. Na, Roblax-Abwehr. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Morata. Ball jetzt bei Griezmann. Jetzt haben sie den Ball. Wie sei. Oder falsam. Er passt auf. Sein Timing ist schon klasse. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Da kommt die Ecke. Aus dem Angriff wird also nichts. Er könnte das Führungstor machen. Das war eng, aber er hat ihn. Das ist der Halbzeitpfiff. Damit gehen wir hier im Civitas Metropolitano jetzt also in die Pause. Antoine Griezmann ist vor der Pause noch nicht richtig reingekommen in dieses Spiel. Ist noch kein richtiger Faktor in diesem Spiel. Und das schlägt sich dann eben auch im Spielstand nieder. Dieses Remis bisher kann sie nicht zufriedenstellen. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe. Unentschieden bisher alles ausgeglichen. Er passt gut auf und hat den Ball. Ein Wurf jetzt. Nikolo Rovella. Guendouzi. Rovella. Adama Rovella. Adama Ruzic. Filippa Andersson. Gutes Tackling hier. Morata. Guck, ist das. Morata. Morata. Oh, ganz alleine. Und da treffen sie das erste Tor heute. Das Tor noch. Und jetzt sehen wir hier endlich das erste Tor. Guendouzi. Filippa Andersson. Ja, energischer Vorstoß. da hat er die chance die mobile das nächste tor diesmal auf der anderen seite ausgleich hier geht es jetzt schlag auf schlag hier so gut aus aber jetzt ist die führung erst mal wieder weg und das gefällt ihm überhaupt nicht marcus torrente molina da kommt der pass aber gut aufgepasst das ist luis alberto vielleicht die führung jetzt das wäre gefährlich geworden aber blockt ihn ab kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch marcus torrente koke ist das koke atletico madrid noch mal mit dem vorstoß riesmann verliert an der ball klasse aktion romanioli guendouzi he is a ball jetzt bei romanioli luis alberto guendouzi oh wella das ist luis alberto eine minute nach spielzeit bekommen wir noch das ist der abpfiff der regulären spielzeit unentschieden das ist der abpfiff der griff der glBO die vierte die vierte Vielen Dank.